Musik 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 Oh doch. Ah. Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Musik 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 Oh, mega gut genommen die Kurve. Oh, ja, Vettel ganz ruhig. Ach man, ich muss mich mal mit dieser Reifenregel hier auseinandersetzen. Weil ich ja zum Glück nicht so viel langsamer war als du. Oh, ja. Oh, ja. Mehr Updates. Mehr Updates. Warum geht das nicht? Das müssten aber auch einschätze ich 20 Runden hier werden. Toll, wer hat die Arschkarte gezogen? Ich. Weil ich mit roten Reifen unterwegs bin. Ja, jetzt warte mal ab. Wenn du hinten bleibst, dann spritt Spaß irgendwie so. Bei dir drehen sich die Hinterreifen. Echt? Ja. Interessant, wie man startet, wenn man nicht gegen KI vorne fährt. Da wäre ich wahrscheinlich jetzt voll reingezogen. Ja, wobei ich finde, dass die KI sogar was besser mitdenkt, wie ein Spieler. Ja. Ja. Weil die halt nicht so wenig nach rechts haben. Ja. 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 Was sagt er eigentlich bei mir, brauchst du es noch? Mehr Updates! 5 bis 13, 8, 2. Ich nehme die eben mal scheiße. Ich habe die aber auch jetzt voll verpennt. Oh, kommt die auch. Was sagt denn dein Reifenstatus? Toll, ich wollte gerade schauen. 15% habe ich. Ist mir nicht viel weniger als ich. Äh, nicht viel mehr. Okay. Okay, doch. Dann geht einer deutlich schneller hoch als meiner. Oh nein, das hat mich jetzt gekostet ey. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Oh, fahm. Alternative Strategie. Mach schon was er mir sagt. Ach, das kann man auch selber anfordern. 3 soll ich. Ja, du musst L1 drücken. Dann kannst du aussuchen. Äh, warte halt. Halt. Ich habe 25. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten nicht über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Das Wetter sollte trocken bleiben. Oh, Alter, was fahre ich jetzt zusammen? Wir nähern uns dem Boxenstopfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Wir nehmen nicht einfach Dremel. Wir nehmen nicht nur, dass ich herbe. Und ich nehme mich. Aber ich nehme leid'r. Dass ich mich nicht sicher ist. Das ist mir nicht sicher. Und ich nehme leid'r. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen Unser Abstand zum Hintermann beträgt 8,5 Sekunden Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie war denn der Reifenverbrauch? Ich weiß gar nicht mehr genau jetzt gerade Auf jeden Fall habe ich schon gemerkt, dass wir nicht mehr so laufen Ich bin in den letzten zwei Runden ziemlich rangekommen Ich habe mich da zwei Runden jetzt im DRS gehalten Boah, zum Glück war das Seins ist vor dir Mal schauen wie lange die halten Gelb Doch hast du auch gelbe? Ja, jetzt noch Aber die werden mir ja auch aufgezogen, achso Okay War das so geplant, dass du es umgestellt bei dir Nee, es war so geplant Achso, dann bin ich ja doch nicht im Nachteil Ich dachte nämlich, du ziehst die roten auf Aber man macht ja gar keinen Sinn So, nee Ich glaube, da wäre ich nicht durchgekommen Nee, nee, das geht ja auch gar nicht Dann hättest du ja das gehabt, was ich in Australien gehabt habe Weil es ja quasi zwei Superweiche sind Weil die härteste Mischung muss ja Ach, keine Ahnung Wo ich jetzt was Falsches hier sage Ich werde gleich hier Werde ich mal Regelkunde betreiben Ja, ich werde jetzt etwas ach diese scheiß schikane ist aber deutlich vorne vor mir raus oder wird knapp wird knapp wird knapp ja man da 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 ist ja schon scheiße können auch die tür noch weiter auflassen jetzt kriegt er noch drs unfassbar also schnell bist du bitte ich habe den schassen windschatten nutzt mir aber irgendwie nichts scheiße ich musste bremsen scheiße ich habe der ersten du windschatten ein bisschen schneller gut zu wissen dann lasse ich jetzt immer vor der kurve vorbei vielleicht liegt das an dem set da weil wir beide glaube ich ein anderes haben knapp das ist eine zeitstrafe ja warum und jetzt der vorn flügel weg scheiße warum zeitstrafe wegen der einen schikane da ich habe ds so 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 alter wall of champions mich hat es gerade fast zerlegt ich habe schon die wand geknutscht mit einem reifen voll scheiße ich habe gerade irgendwie ich weiß nicht war voll die kacke zusammen was hast du denn gemacht was passiert so so und nicht mehr richtig lenken dann die wand ach scheiße ich passieren dürfen so 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 Vettel und Räikkönen und Vettel haben eine Kollision mit Hamilton verursacht okay Bottas Magnussen Durchfahrtsstrafe dr Schuss so 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 we also we we so 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 Vielen Dank.